hast du schon lange davon geträumt deine eigene kleider zu kreieren du findest aber keine richtige schnittmuster dafür du wünschst dir wie kann ich meine eigene schnittmuster machen du fragst dich geht das überhaupt ja das geht ich bringe dir bei wie du deine eigene schnitt muster konstruiert mein name ist yolanda james ich bin aus der schnittdesign und nähschule meine ureigenes gebiet ist die schnittmuster konstruktion und ich habe ein ich habe eine online video kurs erstellt die dir von anfang an von der pika auf zeigen schritt für schritt wie du schnittmuster konstruktion lernst wie du das kreieren von deine eigene schnittmuster lernt und ja freue mich dass du dabei bist okay alles klar